Hier präsentieren wir 5 beste Fondue Gabelntests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Fackelmann Fondue Gabeln, Fondue-Besteck aus Edelstahl. Der Fondue Gabeln von Fackelmann sind die Prüfungssieger der preiswerten Auswahl. Mit dieser Kollektion erhalten Sie ein tolles Kosten-Wirkungs-Verhältnis. Obwohl es sich bei dem Produkt um ein zweckgebundenes Produkt handelt, erfüllt es das Ziel in zufriedenstellender Weise. Denn die Spießer halten das Essen mit beeindruckender Zuverlässigkeit obendrauf. In diesem kleinen Kosten-Segment muss jedem klar sein, dass die Spitzenqualität gering ist. Die Verarbeitung ist einfach ausreichend. Die farbigen Kappen am Ende der Betreuung werden ungenau platziert und schließen den Deal nicht entsprechend ab. Nummer 4. Fond des PS6 Stück im Pack. Die Top-Qualität der Fondue Gabeln von Tamlet ist normal. Die hohe Qualität ist in Ordnung, aber haben keine hohen Annahmen. Die Fondue Gabeln sind aus Edelstahl gefertigt, spießen gut mit den Widerhaken und können durch Farbe identifiziert werden. Sie können sie auch ohne zu zögern in die Spülmaschine stellen. Wenn Sie also nur nach nützlichen Gabeln suchen, die in Bezug auf die Qualität nicht am unteren Ende sind, können Sie nichts falsch machen mit denen von Tamlet. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Kuhn Rikon 32.040 Fondue Zubehör Käsefondue Gabeln 6 Stück Edelstahl. Die Käsefondue Gabeln 32.040 von Kuhn Rikon sind eine hochwertige Edelstahlwahl für den Rösele 91.439. Im Grundnamen erzeugt der Markenname Fondue Gabeln mit hoher Mindestqualität. Das Spuckverhalten kann nur gelobt werden, extrem sicher. Die Gabeln sind von Premiumqualität in Bezug auf die Verarbeitung. Sie sind nicht wackelig zwischen dem Spieß und dem Edelstahlgriff und ihre Form sowie Gewicht machen Sie sehr einfach, in der Hand zu halten. Nummer 2. Rösele 91.439 Fondue Gabel Seed. Die Fondue Gabeln von Rösele sind unsere Edelstahl-Modell-Test-Champions. Da der Griff zusätzlich komplett aus Edelstahl gefertigt ist, ist der Artikel im Gegensatz zu Modellen mit Kunststoffgriffen wesentlich robuster. Darüber hinaus sieht dieser totale Edelstahl-Look äußerst würdig aus. Die Widerhaken verhindern, dass das spießige Futter abrutscht, und die Gabel sitzt dank der Form der Hand und dem Gewicht der Gabel komplett in der Hand. Im Allgemeinen eine sehr ausgezeichnete Qualität Handarbeit, wie Sie bereits von einigen Rösele Artikel kennen. Von allen Fondue Gabeln in unserem Kontrast hat dieses Modell die längste Größe. Und die Nummer 1 unserer Liste. Spring 2.890.260.606 Fondue Gabeln Basic Bund 6 Stück. Große Fondue Gabeln müssen nicht teuer sein, um Spießsieg sowie Posse aussehen. Als Käsefondue Gabeln mit je 3 Zähnen ruhen Brotstücke sowie Fleischwürfel stark auf dem Spieß, ohne zu rutschen. Der Edelstahl-Spieß ist solide und hochwertig und der Wechsel vom Spieß zum flexiblen Kunststoff-Deal ist sehr sicher. Nur die Handwerkskunst auf der Seite der Zeiger könnte ein wenig besser sein, da es ein bisschen grob gemahlen ist, sowie es passt nicht eher den Gesamteindruck, aufgrund der Tatsache, dass allgemein, unter Berücksichtigung der hohen Qualität sowie Rate, erhalten Sie hervorragende Fondue Gabeln. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.